Du bist so alt, wie man sich fühlt. Das war... Du bist so alt, wie man sich fühlt. Wenn ich mich 25 fühle, dann bist du auch 25. So. Ja, das ist alles geil. Bier-Schwengel. Offensichtlich mit deinem Vater. Shiva hat's erkannt. Ja. Aber... Ich geb mir jetzt ein Bier-Schwengel. Du gibst dir jetzt ein Bier-Schwengel. Ein Bier-Schwengel. Wo ist die denn? Bier-Schwengel. Hm. Ja. Ich hab noch nicht so geil. Ja, knusper, knusper Häuschen. Wer knusper an meinem Häuschen, würde ich einfach mal fragen. Aber was sagst du mir nicht, ne? Hidden Catch, Cage, Cash. Cash ist richtig Cash, ne? Guck mal, der Post ist, wenn ich näher rangehe. Wow, der Rahmen ist zu klein. So. Legendary. Und los. Schade. Watchmen. So geil. Will ich mich verarschen? Ähm. Können die lecker aus. Da ist so geil Sauercream dazu und dann kann man sich das tun. Ja gut, mit Sauercream schmeckt aber auch alles gut, ne? Ja, das waren alle 15 Pakete leider schon. Und, ähm. Back to the roots. Willkommen zurück. Solo Adventures. Yesi hat mit dem Bruder ihrer Mutter ihres Vaters geschlafen. Ja. Ist tatsächlich, du hast mit deinem Onkel geschlafen. Und daraus bin ich entstanden. Deswegen bist du meine Cousine und... Ne, dann wärst du meine Großcousine. Da stimmt wieder irgendwas nicht. Whatever. Ich bin verwirrt. Wir möchten jetzt hier aber auch nicht weiter über Inzest sprechen, sondern... Baron Geddon. Den Garaus machen. Ragnaros Employees. Truly evil lieutenants. Geddon is perhaps the evilest. You will deal five damage to the enemy hero if they have any unspent mana. Gut. Das ist Kacke. Deswegen... Die Katze ist richtig am Bein gerade so. Jade Pupade. Jade geht immer. Ich bin gerade durchaus begeistert. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das Deck geklaut habe. Ich meine, wann ich das Deck selber erstellt habe. Ich glaube, das ist ein Deck von Kammlande tatsächlich. Naja, man wird sehen. So, was haben wir denn hier? Der 5, 4, 6, ja, das ist kein guter Start. Zack, zack, zack. Machen wir mal neu. Ganz auf Mana Curve gehen. Ja, da habe ich jetzt nicht... Ich mache jetzt einfach mal, ja? Einfach machen. Wenn ich jetzt zweimal brauche, das habe ich ja bisher immer gemacht, ja? So, zacke, zacke, Hühnerkacke, oi, oi, oi. Guten Tag. Katze ist auch im Start. Sag mal, hallo. Ja. Kannst du bitte deinen Schwanz aus meinem Gesicht nehmen? Danke. So, was sage ich übrigens nicht oft in meinem Leben. Boah, du riechtst nach Arsch. Was kacken, ne? Du hast auch nicht Stuhlen. Wir haben übrigens jetzt so ein geiles Katzenklo gekauft. Da erzähle ich gleich. Warte. Oh Gott, das ist keine gute Idee. Warte mal. Obwohl doch eigentlich schon. Ähm, so ein geiles Katzenklo. Da ist halt unten eine Schale. Ne? Nochmal. Geld. Geld. Der Junge beklaubt mich gerade. Der hat mein Portemonnaie am Boden geschmissen. Die YouTube-Mannies droppen nur so. Jetzt hast du mein Geld geklaut. Ähm, Sekunde. Ne, jetzt muss ich, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich swipen. Swiper, don't swipe. Ähm, und ne Schale. Da drauf kommt in derselben Größe, ähm, so ne Art Schale mit Sieb. Ja? Und da drüber noch ne Schale. Das heißt, man hat in der obersten Schale Katzenstreuerin mit der Kacke. Dann hebst du dat raus. Schüttest dat über dat Sieb aus. Dann geht dat ganze normale Katzenstreuerin in die unterste Schale. Und die Kacke kannst du einfach hinnehmen. Das ist super. Das ist eine geniale Erfindung. So, wir haben jetzt 5 Mana. Deal, 3, Damage, Terminien, Nota, One, Damage und äh, blablabla. Bla, bla, miau, miau. Okay. Dann machen wir dat doch, oder? Ich lege ihn. Ja, machen wir doch. Oder? Oder nee, oder doch, oder nee, oder doch, oder nee? Nee, ich will einen Vorsprung haben. Das heißt... Zack. Zack, zack. Und zack. Ich find, das ist ja jetzt... Oder war dat dat erste Adventure? Nee, Quatsch, Kara sagen wir dat erste Adventure, ne? Jetzt müssen wir ja so, oder? Oh, Klingeling. Oh, Klingeling. Nachbar, Klingeling. Two Damage und draw a card. Ja, den kann ich auf jeden Fall nicht platt machen. Schade. Das lohnt nicht, ne? Wir lassen mal Naxxramas raus. Ja, genau, Naxxramas war das erste, ne? Herbert ist ein... Herbert ist ein... Sie ist das. Oh, oh. Ah, nee, Quatsch. Ich kann mir jetzt einen aussuchen. Soße. Hello, was? Oh, der hat eine Bombe in den Arsch von dem Drachen gepflanzt. Was soll'n' das? Verschämtheiler. Ich muss hier auch immer noch überbrechen, oh. So, jetzt haben wir ein Problem. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Ich kann höchstens acht machen. Ist egal, wie viel überbleibt, ne? Scheiße. Draw a card, das könnte meine Rettung sein. Ja, perfekt. Die Frau freut sich, weil sie Katze füttern kann. Leute, ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma. End-turn. Gut, da sind wir die fünf Schaden umgangen, aber ich hab keine Minions mehr. Ja, gut, egal. Jetzt müssen wir jede Runde zehn Mana. Ja, okay, die zehn kriegen wir voll. Perfekt. Nein. Egal, machen wir's so. Das war dumm, ich hätte den erspielen sollen. Ist egal. Oppala, ein bisschen gerülpsert. Hm, yummy. Nächste Runde wird eng. Hallo, Mr. Erwin, ich bin grad dazu gestoßen. Wie geht's dir? Ja, Tag, Erich. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Alles gut? Destroy a minion. Oh, das wird jetzt... Ne, ne, warte, warte, warte. Sorry. Bin doof. War schon wieder knapp. So. Scheiße. Jetzt haben wir, jetzt haben wir die Kack am Dampfen. Fuck. Fuck. Jetzt, jetzt haut er seine Power raus. Ja, war klar. Egal, ich hab noch zwölf Leben. Wollen wir mal nicht so sein. Er hat noch elf. Wenn ich Glück hab... Scheiße. Fuck. Was macht er jetzt? Wenn ich Glück hab, ey. Wer hab ich jemals Glück gehabt in meinem Leben? Neun. Scheiße. Zehn. Ein. Fuck. Mir fehlt jetzt... Fehlt mir jetzt echt ein... Ein Schaden? Dat macht einen Schaden, ne? Ja. Dat macht vier Schaden, ne? Ja. Ich könnte mich auch einpanzern. Oder ich mach ihn fertig. Aber dat macht ja auch keinen Sinn. Face. Und Armor. Gibt's von hier was zum neuen South Park-Spiel? Auf jeden Fall. Das ist im nächsten Turn lethal. Aber ich bin im nächsten Turn wahrscheinlich auch tot. Du gehst Armor mit deinem Minion, gehst du Face. Das Problem ist, der macht mir nächste Runde wieder fünf in die Fresse, weil ich schon wieder nicht genug Mana ausgebe. Na gut, dann mach ich Amor. Komm schon, jetzt irgendwas Geiles. Oh, oh. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, der fickt jetzt mein Minion weg. Okay, jetzt irgendwas Gutes. Okay, drei Karten ziehen. Drück die Daumen. Du dumm, Alter. Ich brummt mich hier die ganze Zeit, wo ich den letzten Schaden herkriege. Yes. Woop, woop. Du hast Leather. Danke. Ich hab ordentlich Leder, hast du gehört? Ordentlich Leder, haben sie gesagt. Ja, ich hab's gecheckt. Ich bin, ich brauch ein bisschen. Ich bin, ich bin noch am, am Lernen. Gut, nevermind. Alles gut. Alles gut. Hallo. Sahne. Okay. Dann haben wir jetzt Ragnoros. Ach, hier ist der Ragnoros. Aber den krieg ich nicht, ne? Der kriegt den Mario Domo. Mario Domo. Ah ja, komm. Was kann er denn? Deal 8 Damage to a random enemy. Okay. Ich bin da fast verfüllt mit meinem Murloc Deck zu spielen, weil man da kleine Fick-Enemies macht. Aber mit dem haben wir ja auch eigentlich das Board immer voll gehabt, ne? Wir müssen halt aufpassen. Wir müssen halt, glaube ich, ich sag's jetzt einfach mal, ich glaube, wir müssen einfach möglichst viele Binions auf dem Board haben, damit die Chance geringer ist, dass unser Hero getroffen wird. Geh mal in deinen Karten-Store. Das sind schon mal alles, was du doppelt hast. Vielleicht kriegst du 1600 zusammen. Okay. Ich bin offen für Vorschläge, für Ragnoros. Ich glaube, ich habe schon 1600. Ich bin aber nur zu geizig. Ja, ich habe 2000 irgendwas. Aber ganz ehrlich, ne? Ich bin einfach zu geizig, oder? Komm, Ragnoros kann ich nicht machen. Da wird eigentlich auch mal Zeit. Bin ich dumm? Bin ich dumm? Nee. Schreibe ich den falsch? Wo ist er denn? Aber, ach, ich bin ja... Ich muss auch auf Crafting drücken, ich Idiot. Ragnoros. Da ist er doch. Ja, komm, dann. Warte, ich will mal kurz gucken. 3200. Oh, den könnte ich mir machen, den Golden. Nee, komm, das muss nicht sein. Okay. Hat er. Was macht er denn? Welches Deck spielen wir jetzt? Spielen wir das Turin-Deck, oder das? Ich glaube, ich baller den hier rein, denn ich baller Ragnoros einfach mal random hier rein. Wo bauen wir denn nicht unbedingt? Das bauen wir nicht unbedingt, ne? Ja, die hier. Ja, komm. Die Living Roots nehm ich mal raus. Na, raus. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Ich hab den doch gemacht. Ich hab den Light Lord gemacht. Bring mich einfach um, ey. Oh Gott, bin ich dumm. Sollen wir nicht den lieber nehmen? Scheiße. Ja, verballern wir einfach mal meine gesamte, meinen gesamten Feenstaub hier. Manchmal fehlen mir einfach selber die Worte. Tut mir aber leid, ey. Das ist, ey, das, Alter, ist das dämlich, ey. Oh Gott, bin ich dumm. Gut. Was auch immer, nicht wahr, Leute? Was auch immer. Wunderbar. Geht's dir auch gut da hinten? Ja, wu- Ja, hm. Nicht husten, ne? Macht man nicht. Die wunderschönen. Wunderschönen. Äh? Das war jetzt dumm, ich weiß, okay, das tut mir leid, ich bin heute echt guter Leute, guter Dinge. Hast schon geguckt, ob wir das für nachher, dein Schwimmzeug. Au. Mmh. Mh. Mh. Hast du Endturn. So, der beschwört dann nachher Ragnaros. Mhm. Jo. Ja, Minion, gut. ist ganz ruhig mit einer hand kann man über alles lachen es hat mich das motto lebensmotto und kutscher warum lacht keiner selber cool ist auch nach guck mal hier ist ein katzen ja man hat uns richtiger schubladen supermann ja was passiert hier gerade so nicht dein ernst jetzt aber ich sehe auch was hartson sehe ich gerade ich baue mich jetzt auch so nach und nach ich weiß ich werde sterben aber ich muss mich gerade mal erst mal an den moment hier gewöhnen der schon wieder zweimal dieselbe karte hat das war meine karte sachen beim schrank vor der match und es wird zeit für acht amor amor stein und brah 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 schoben pupen für die kürze ja mach du das mal mit deiner 1 oder immer die 1 kandidaten okay das kitzelt so hier bitte war das nicht immer torne quatsch never forgetty lol spaghetti oder macht dann dann weiß ich mal die zähne an meinem tornt aus ihr lappen loser hat er schon das war ging auch schneller als ich dachte schön man ja gibt mir noch ein paar davon bitte danke das läuft nicht so ganz wie ich mir dachte hier muss ich euch ehrlich geschehen dann tun wir mal drei karten das lachst du schon wieder weil der swagger deswegen so haben wir hier was ist das hier ich weiß ich spiele die totale scheiße gerade aber ich bin mega verwirrt ich warte halt auf eine bestimmte sache das ist nicht gut weil er hat es und ich weiß aber toll toll auf jeden fall finde ich gut jetzt wurde der light so damit ziehe ich noch eine karte na kommen ballern toll ich ziehe doch keine karte das system will ich auch niemals raffen ähm da ja den halte ich nochmal gegen den empty mana crystal ja ausgeladen grad nicht wie ich die scheiße auseinander nehmen soll ich bin noch nicht athers in Putt so Draufelkart Tschüss Wundervoll Toll, jetzt kann ich nicht mal mehr Beide auf einmal umbringen Ich weine I cry every time Was willst du eigentlich? Was ist dein Problem Katze? Katze Klo Sachen runterschmeißen Schmeiß ich dich runter Blöd Mann So, jetzt die Karte gibt eine Karte Ja Draw a card, do it Jawohl Bringt mir gerade nur gar nichts Scheiße Jetzt kann ich die nicht mehr legen, weil mir ein Mana fehlt Jetzt hätte ich die Gain to Free Mana Crystals Karte gebraucht Ich kotze Nö, die halte ich mir Ganz ehrlich Das ist doch noch größere Scheiße, die ich hier mache Aber Hier hat sich nichts geändert seit den letzten 20 Sekunden Oder willst du noch mehr umschmeißen? Ja, der will wirklich noch mehr schmeißen Ja, der will wirklich noch mehr schmeißen Ja, kannst du immer noch Fühl dich frei Fühl dich frei, Karten zu schmeißen Ja, du bist auch richtig brutales Monster Boah, wie viele Leckerliches Leckerlich Leckerliches Interessiert ihn nicht, der juckt das nicht Nicht die Bohne, Bruder Nicht die Bohne Geht jetzt auch der Jadegolem in die Mitte? Nö, natürlich nicht Scheiße, ich will den nicht als Taunt Den will ich eigentlich Mann, das war doch Ich wollte den hier zwischen haben Warum hat der das nicht gemacht? Alter Arsch, du Ich könnte den auch legen Oder kann ich den nicht mehr legen, ne? Ach, fuck it, die fuck Warum kann ich das? Ach so, der macht das automatisch Junge, Junge Hm, okay Ich könnte natürlich so machen Das wäre halt übel die Verschwendung Ganz leicht rechts legst du ihn hin Gut, dann machen wir es doch so Wenn du das doch So, das hatte ich sowieso vor Wunderbar Haben wir halt nur eintornt Egal Der hat mitbekommen Dass er jemand am Ende An die Eier wollte Weil ich seine Schalots Keinen Lecker liest Mehr fressen Ich sag dir, der hat auch Mittlerweile täglich Wenn der mir auf den Sack geht Ich sterbe übrigens jetzt, ne? Also nicht jetzt Nächste Runde Auf jeden Fall Außer ich baller jetzt sowas hier Zack Ähm, ich hätte die Feuer legen sollen Scheiß, Dreck nochmal Jetzt muss ich hier nur aufräumen Weil ich hab nur noch vier Leben Oh Scheiße, Mann Oh Gott, ich bin Ey, die Runde ist so kacke Die scheiße Söckchen haben mir nur Pech gebracht Nein, das ist halt echt dumm Was ich hier aktuelles Spiel Ey, das ist halt Die dämlichste Kacke Ever Ich hoffe, der hat nur Scheißkarten Ja, Mann Ich überlebe noch Nice So Mehr Minions auf dem Feld, bitte 7, 8, 9 20 Ich hab, ich hab Little Little weapon bitch Little weapon bitch Little weapon bitch Little weapon bitch Tschüss Du bist die Little weapon bitch, ne? That's my girl Little weapon bitch Oh nö, oder Muss ich jetzt noch weiter überleben? Oh Scheiße Gut, dann machen wir doch nochmal ein bisschen Action hier Ähm Ja, hier Kack Ich hab Angst, Mann Ich kann halt immer noch Wie viele Minz? 2, 4, 6, 7 Könnte ich hier noch eins hinlegen? Ich meine, ich konnte Ich hab's mir eigentlich schon gedacht Aber da hab ich jetzt In der Tat nicht mehr Meme Äh Kann ich jetzt noch ein Minion legen? Dann würde ich noch eins hinlegen Ich meine, wir können's ja Und dann besteht die Chance weniger Und ich wette bei meinem Glück Nee Fällt gerade auf Nee, pass mal auf Wir haben ja hier den Otto mit dem Genau Ich kann Ich ziehe Karten Ich hab noch 6 Mana Ich könnte noch was geiles ziehen Weil ich hab nur noch 4 Leben Deswegen Ich geh jetzt mal aufs Ganze Scheiß drauf Pass auf Einmal Noch mehr Jade-Golem-Spaß Zweimal Ich kann halt kein Minion mehr legen Aber ich hab's gewusst Perfekt Kann ich jetzt noch nicht viel mit anfangen Scheiße Okay Daumen drücken Ja Als ob Als ob Das ist doch nicht dein Ernst Ach komm schon Eine Chance war 1 zu 8 Und der hopp mir aufs Maul Kann ich jetzt kurz weinen gehen Nee, ich möchte jetzt weinen Ach, das ist doch nicht dein Ernst Ey Ich ziehe jetzt ein Bonbon Ich ziehe jetzt ein 2.0 6.7 6.10 5.7 7.8